Oh, extra viel, ja, den nehm ich, schneller ist gut, ja, oh, da gibt's ja richtig was dafür, okay, ein Gameplay, Otsuna Party mit, komm, klar, so geh ich raus, oh ne, oh ne, da kommen Geschenke, die will ich aufmachen, ne, 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 bleib mal so, bleib mal so, alles cool, Go to Event, ich seh immer gut aus, oh, kann ich das noch öffnen, yeah, da ist das Spiel, was ich spielen muss, bis zum gewissen Datum, C-Profile, oh, Level 1er, kann man hier jetzt bessere auswählen, ja, 1, oh, oh, er ist mein Freund, oh, Level 4er, guten Hut, ich dance mal mit dir, oh, 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 wir dancen, oh, 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 richtig geil, dance, 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 oh, richtig cool, ja, dann, äh, hier, ich geb dir ein Geschenk, magst du das, ja, okay, du bist auch Level 1, was ist hier nicht Level 1, du hier hinten in der Ecke bestimmt, ne, ne, du, auch nicht, okay, okay, wie ist das mit hier, das ist doch ganz süß, oh, aber wir reden einfach trotzdem mal mit dir, dum, 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 ne, auf den habe ich gar nicht geklickt, ich bin hier der berühmte Starraum anscheinend, oder auch dem DJ, oh, okay, okay, lass mal noch ein bisschen quatschen, Quatschen, aber zeig mir doch mal dein Profil, machst du irgendwas, ne, okay, musst du ja nicht, macht Mark, äh, wie ist er, Macy, okay, als Lifestyle-Blogger, nicht schlecht, cool, 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 kann ich hier noch mit irgendwas interagieren, von den Räumlichkeiten, ne, oh, dankeschön, dass du meine Videos machst, das voll lieb, oh, dann lass mal ein bisschen weiter quatschen, ja, vielleicht sehen wir uns wirklich nochmal wieder, so nett wie du bist, ähm, so, wo ist mit ihr, ich will, achso, hier, I'm leaving, okay, zweieinhalb Stunden, ach, man muss ja auch mal ein bisschen mit den Leuten quatschen, finde ich voll gut, und wie gesagt, wenn ihr mich im Channel Gamescom seht, könnt ihr auch mit mir quatschen, ich bin ganz nett, ich balze nicht, wenn nicht, werden sie mir Hausverbot geben, nein, keine Ahnung, so, dann lass noch einmal reden, dann sind wir auch Freunde, und dann, genau, gehen wir jetzt nach Hause, reicht, ich hab ja nicht ewig Zeit, ich hab ja auch noch zu tun, ich führe einen YouTube-Channel Leute, so, da sind wir wieder, ja, ähm, ja, oh, ja, ich check den Klamottenstore, das ist das Wichtigste der Welt, ja, oh, ja, genau, als ob ich mir jetzt hier irgendwas kaufen würde, warum, ich hab keine Kohle für sowas, ich hab 14 Dollar, Mann, ich bin froh, wenn ich das neue Gameplay-Video im Kalender hier hinkriege, damit ich keinen Ärger kriege, hier, genau das war's, so, starten wir mal, haben wir irgendwas Neues, ne, na dann, aber 15 Energiepunkte, ja, mal im Kalender gucken, produziere ich ja gerade, genau, da lohnt es sich, äh, da lohnt es sich auch noch, wenn jetzt hier was Gutes kommt, ne, natürlich nicht, ach, dann so, was ist passiert, ich hab Geld gekriegt, gut, Geld kriegen wir immer gut, so, dann hauen wir die mal rein, und los geht's, komm, komm, yeah, sieht's aus, 4, oh, 4200 schon, nice, und das nächste Video ist durch, ähm, bevor, das kriegen wir auch auf jeden Fall, das lädt gerade hoch, dann gehen wir nochmal studieren, dann müssen wir schlafen, das ist wie ein bisschen wie bei den Simpsons, das hier sich so aufschiebt, neue Karte, oh, mal auf, hm, das war ein Start, oder, oder war das ein N1 von beiden, ich hab's gerade schon wieder verpeilt, so, danach gehst du trotzdem essen, gehst trotzdem arbeiten, dann noch, 4 Stunden, ach, callwaschen ist angenehmer, yeah, 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 so, Scholes, also ging ganz gut los, 4 Disclikes und 56 noch um, auf jeden Fall cool, neue Subscriber, ach, geht auch echt, voll klar, nice, wir sind richtig erfolgreich, richtig gut, richtig gut, richtig gut, ey, das kostet immer noch 100 Dollar, ne, nee, da gehen wir nicht hin, da kauf ich mir lieber hier fürs Frühlingsfest, entickelt und gekauft, so, jetzt könnte wir das noch promoten, ey, wir haben richtig Kohle, dann machen wir das doch gleich mal, weil wir das hier produziert haben, die Aufgaben, die Order, erfüllt haben, ja, zur Convention, was krieg ich dafür, äh, ich geh trotzdem zur Convention, ich brauch Geld, wo ist sie, da, ich hab alles, dann, geh Studying, und dann, mach ein New Gameplay Video, ist das immer noch angesagt, yeah, machen wir gleich ein zweites vor, vor Mutti kommt und uns wieder verdrischt, die putzt auch immer nur an der gleichen Sterne, wa, den Boden kannst du nicht schrubben, du kannst aber auch mal was machen, Junge, schützt ja nur in der Bude, ist wie bei mir, alles schön eingeleuchtet, eingeleuchtet, alles schön schummrig beleuchtet, so, und auch das zweite Gameplay Video, davon mal gestartet, okay, den Anfang, wieder ein Kombo, nice, oh, Energie hat er auch, hier gibt's auch wieder Punkte, nice, sieben, oh, es wird mehr als noch eins geben, unten, zwei, zwei, vier, sechs, acht, ah, ich brauch mehr Punkte, ah, Mist, ach ne, er hat noch gar kein Ende hier drin, wow, nice, dann passt sie richtig gut, wir haben hier auch wieder ein neues Level, was neues freigeschaltet, achso, kann ich eigentlich draufklicken, Mist, ähm, das, das, das passt nicht, dann machen wir mal so, das passt auch nicht, äh, okay, Mistiges, Production, war nicht ganz so gut zueinander gepasst, das merkt man aber manchmal wirklich aus dem Videoschnitt, oh, ja, wieder Level up hier und wieder publizieren, wieder eine neue Karte und hier, Final Credits, ah, da, jetzt haben wir ein Ende gelernt, genau, ähm, oh, hier, da muss ich das aus, 20% mehr, na klar, das nehm mal mit, will nicht, wie gesagt, der Erste sein, das brauch ich nicht, was sollt schon, ne, hier, schliepen, und dann kannst du noch mal studieren gehen, vom Muri uns tötet, ist auch schon der 26. und, äh, könnte echt besser sein, und dann kannst du wieder arbeiten, arbeite mal 4 Stunden, der arme Junge, nur am, am Arbeiten, zocken, hochladen, rendern, schneiden, was ja auch Arbeit ist, man darf es nicht vergessen, und dann wieder schlafen, ach, der hat gar kein Leben mehr, ich hab auch mit gar keinem gechattet, die Tage, Karbusch, der Arme, ist da das Video dann fertig, dann produzieren wir nämlich gleich, das nächste, ja, ist gleich fertig, ja, gott, und eine neue Karte freigeschaltet, hm, nee, wir müssen echt das hier spielen, die anderen sind nicht mehr angesagt, ich, äh, der Junge muss noch wachsen, er muss seine Community erst schaffen, bisschen, kann doch nicht Retro-Spieler einfach zocken, wo keiner Bock drauf hat, außer er, äh, außer er macht einfach, was er will, ähm, ich kenn da so einen, ähm, joa, fangen wir mal an mit nem Start, kassieren hier schön die Boni, äh, oh, hier hat mal 2 im Freunden, und ich hör schon im Hintergrund, das Knistern sagt, Computer-Signal, oh man, dieser Lappen-Computer, ach so, da waren mal 2, da haben wir das extra ausgewählt, was mehr gebracht hat, weil dann waren es mal 3, weil es richtig gepasst hat, und mal 2 waren dann 6, und deswegen haben wir ja so viele schöne Punkte, Unterhaltungsbranche, okay, so, 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 passt richtig gut, machen wir auch, produzieren wir, was? Ja, ich akzeptere, hier ist 20 Dollar, ist mir egal, nimm mein Geld, shut up and take my money, so, reicht es noch zum Computer reparieren, Ja, reicht auch. Oh. Oh, Mutti hat mich lieb mal. Muss ich wegklicken. Oh. Kann ich noch mal studieren? Ne, ich muss auch was essen. Eat, sleep and work. So, wollen wir es noch mal promoten? Machen wir mal einfach hier. Ich brauche mehr Subscribers und mehr Views. Mein Leben besteht nur noch aus Subscribers und Views. Achso, hier haben wir jetzt auf einmal alles geschafft. Ja. Sehr gut. So, das nächste. Jetzt schläft er, dann geht er studieren. Dann wird er wahrscheinlich schon das nächste Video hochladen können. Und... Dann wird er auch schon wieder arbeiten gehen können. Ne, machen das hier. Schön Action. Ach ne, Roleplay. So. Wird doch dann stimmen, ne? Wird schon gut gehen. Los, vergeh mehr. Hartz hoch. Lade. Ja, es wird reichen. Yeah. Nice. Ja, ist doch gut. Kann ja nicht jedem gefallen. Hat ja auch frisch angefangen. Oh, Energie hat er auch richtig gut. Nice. Dann gehen wir gleich danach. Locken. Vier Stunden. So. Fangen an mit einem Start. Einen besseren müsste man mal lernen. Aber okay. Okay. Dann nehmen wir das. Hier nehmen wir das. Nein. Doch, hier ist es mal zwei. Genau. Jetzt kriegen wir hier nämlich nicht zwei von den grünen vom Skript, sondern vier. Weil wir ja das richtige nehmen und sich das nochmal verdoppelt. Richtig gut. Hohohohohoho. Das wird das Video. Das Video. Passt. Und produzieren. Wir müssen echt mal ein bisschen Geld machen, damit wir uns einen besseren Computer leisten können. Oh, ich muss bald hier in die Schule. Wie sieht's denn aus? Also bald ist meine Prüfung. Der 30. ist schon. Kannst mal Geld verdienen, Prudings. Mein Computer rät grad hoch. Ich muss auch zur Schule. Dann nochmal study. Nein, du solltest nochmal zur Schule gehen. Kannst du aber noch studyen. Danach gehst du schlafen. Und noch was gelehrt. Uh. Was? Achso, weil er konnte nicht chatten mit ihm bei der Computer noch am Linder noch hochladen. Er kann doch nicht beides. Nein. Kriegst du mein Dings nicht? Was ist los mit dem? Ich weiß jetzt, ob ich das verschenke. Oh nein, das ist schon ein Examen. Verdammt. Achso, er war noch mal in der Schule, ne? Okay, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern. Hoffentlich schaffe ich's. Oh, eine A. Nice. Eine Eins. Keine Eins plus, aber eine Eins. Mom, ich hab eine Eins im Examen. Was sagst du? Ja. Und jetzt noch ein paar Kröten rüberwachsen. Oh, 50 Dollar. Nice. Das ist ein Traum. Ähm, Upgrade. Ne, 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 ne. So, wenn ich jetzt hier aber wieder zurückgehe und dann hier wieder rein, dann ist es grün. So. Der verbraucht weniger Strom, also ich hab mehr Strom übrig. 250. Ah, ne, das ist echt das Einzige, was ich will. 250. Okay. Jo, mach ich, nehm ich an. Dann schmeiß mal her, das Ding. Hoffentlich brauche ich dafür keine Konsole, aber sonst... New video. Machen wir mal noch hier eins von. Müssen wir echt neue Spiele kaufen. Da kriegen halt auch welche. Oh, und hier auch wieder was erfüllt. Oh, oh, oh. Okay, okay. Vlogs, Vlogs. Selbst damit starten wir schon. Vlogs. So, Start. Wird eingefügt. Hat er genug Energie? Jo, dem geht's ganz gut. Noch sechs und noch zwei Sachen. Das Ende ist, glaub ich, bei mir eh nicht so krass. Oder hab ich überhaupt schon Ende? Ne, ne, dann machen wir das hier einfach. Oh, nehmen wir das. Yeah. Passt. Passt. Passt einigermaßen. Jo, jo, passt ganz gut. So, so, so. Und los geht's. Also, ich finde das Spiel auf jeden Fall echt unterhaltsam. Der Zeitdruck ist, glaub ich, hier so ein bisschen eine wichtige Komponente. Wenn die nicht immer weiterlaufen würde, die Zeit, dann wäre es zu einfach. Oh, ey, ich kann nicht chatten. Sorry, Bro. Ich, äh, der Computer rendert den ganzen Tag. Eigentlich rendert er wirklich den ganzen Tag. Warte wieder eine neue Karte. Nice. So, ne, geh mal was essen. Äh, eat. Ich muss jetzt eigentlich noch weiter für, genau, für den nächsten Test muss ich auch studieren. Ähm. 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 Lorde muss ich spielen. Battle of Upper Earth. Ist das für Places? Ja, das ist alles PC-Titel. Hä? Hä? Ich hab den Titel doch gar nicht. Aber den hier muss ich sowieso spielen. Im Programm. Ach, das war die Abkürzung davon. Hä? Ne. Eigentlich bin ich was anderes. Na gut. Produziers einfach mal. Da-da-da-da-da-da. Ach so, der Computer ist working. dann sleep noch und geh working. 6 Stunden, mach was du willst. Ist immer noch working, ist okay. Dann geh Geld verdienen, das ist auch gut. Und schon 8000 subscribers. Wie sieht es denn aus hier mit meinem Channel? 8000, schon 103$ verdient. In der kurzen Zeit echt nicht schlecht für den Anfänger. Ranking YouTube. Also YouTube. Ryan, Platz 49 sind wir. Keine Warnung. Wir machen keine Erlaubkopias oder unerlaubte Sachen mit Lizenz geschicksten Sachen. So, bestes Video, 12.000 Zuschauer und 1.000 Abonnenten gewonnen. 16$, echt gut. Oh, Networking können wir auch. Aber was mit 100.000 Abonnenten oder Zuschauern? Ne, das sind Abonnenten, krass. Krass. Alles amerikanische Channels, die sind noch ein bisschen crazy. Hier kannst du auch bei YouTube machen. Gucken, wie viele Zuschauer, welchen Alter und warum und wieso. Sehr cool. So, und es ist hochgeladen und dann kann er das YouTube kreaten. Nice. Auch das geht los. Oh, fanden sie nicht so gut. Ohhhh. Okay. Äh. Go Shopping dann. Jetzt bin ich traurig. Aber mit diesen werde ich sie alle verzücken. Nice. Good job. Good job. Ich habe noch 7 übrig. Ich brauche auf jeden Fall ein höheres Level. Ich bin schon zu gut. Ich brauche einen besseren Computer. Ich brauche alles im besser. Eigentlich brauche ich alles. Ist egal, wie rum wir es machen. So. Und auch die nächste Folge wird hochgeladen. Yeah. Ich kann nicht chatten, mein Computer arbeitet. Ja. Oh, und mit diesen bösen Weinen hier in der Uni war. Äh, in der Schule war. Ja, gut. Höchsam, höchsam. Bis zum 7. Februar. Jetzt ist schon der... Wie krass ist das denn? Go Shopping. Mal gucken. Neue Karten. Oh, ich sag doch. Das überfordert einen teilweise. Die ganzen Einblendungen. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, du wolltest shoppen gehen. Ach, der soll ja arbeiten. Dann schlaf. Und dann... Go Shopping. Ne, machst du nicht, ne? Dann... Work. Work, work, work. 6 Stunden. Nice. So. Set mal auch. Shoppen kann man dann nach. Go Shopping. Oh, Mann. Ich müsste danach nicht genug Geld haben. Aber fast genug Geld für einen neuen Computer. Ich muss gucken, ob ich das Spiel da kaufen kann. Ich stehe das noch nicht mit dem Spiel. Was? Computer ist überhaupt nicht mehr working. Vielleicht auch. Da ist es. Ich hab's. Was? Ich hab's. Für PC. Aber ich kann's nicht spielen. Das ist am 16. Januar rausgekommen. Wir haben Februar. Februar. Kommen wir uns. Ähm. Byte. Hey. So. Ja, ich weiß. Wir müssen auch auf den einen warten. Dann... Ähm. New video. Stehe ich nicht. Da. Gameplay. Bis zum siebten. Hochladen und alles. Das wird knapp. Ich hoffe es. Ach, before. Uh. Wir haben auch acht Stunden. Und wir müssen uns hier beeilen, weil hier nämlich die Zeit auch vergeht. Acht Stunden los. Ja, ist egal. Komm. Vier Stunden. Egal. Nimm es. Nimm es. Das nächste. Ja. Next, next. Produce. Das schaff ich nie. Ja, okay. Acht Stunden sind vorbei. Bei einem Po. Nicht so geklappt. Gut. Ist der 27. So kriege ich nicht mehr den Auftrag erfüllt, weil ich immer das falsche gemacht habe. Mann. Dieses Spiel. Gut. Dann publish es halt. Ja. Ist mir egal. Ist mir egal. Die ist da. Ist zu spät. Deswegen mag es keiner. Ah. Achso. Das war ein anderes. Oh. Die hab ich auch verkackt. Danke wenigstens. Geh schlafen. Geh was essen. Geh studieren bevor man mahnen kann. Und jetzt wieder haut. Uh. Der sieht echt schlimm aus mit dem Studium. Oh man. Aber ist auch aus der 7. Also vielleicht. Ähm. Ja. Zur Convention gehe ich. Das hab ich bezahlt. New. Cosplay Party. Hm. So viele Partys. Aber ich kann nicht zu allen Partys gehen. Muss ich mal gucken. Also alle Partys kann ich auf keinen Fall mitnehmen. Das riecht durch. Hier sind noch Freunde. So sind Freunde. Irgendwann müsste ich mal chatten. So. Oh was. Voll schlecht gelaufen. Hä. Mist. Dann spiel mal halt das an. Ja. Ja. Äh. Wir brauchen Geld. Wir müssen uns den Computer leisten können. Mann. Ich war in der Schule. Genau. Oh. Hier ist Mr. Love kopiert. Den würde ich jetzt mal nicht nehmen. Als Start. Ach doch. Ist mir egal. Der gibt voll Punkte. So. Klauen wir einfach mal irgendein Zeug. Oder machen irgendwas was nicht legal ist. Der Schelm. Voller Risiko. Nehmen wir noch das. Und der Computer ist dadurch kaputt gegangen. Das Karma. Karma. Verdammt. Das Karma erfunden. Aber reicht nochmal für das eine Mal. Jetzt muss ich mein gutes Geld dafür ausgeben. Dass der Computer repariert wird. Ja. Wie wäre es? Dann geh studieren. Dann müssen wir wieder arbeiten gehen. Oh. Geld. 6. Okay. Oh. 3 Dollar ist auch schlecht. Auch gar nicht so gut geliked. Alter. Nein. 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 4 Stunden. Vergleich noch mal. 2 Stunden. Oh. Nein. Das Gameboard. Ich will mich nicht umziehen, ich seh voll heiß aus, oh ja, ich bin ein Demo, mach es du jetzt, ja, ich mach es, PC hol, das ist okay, krieg ich in, krieg ich in, hol PC, Standard, Standard, oh, oh, C-Profile, Level 4, warum nicht, in irgendwas, Talk, ach ja, alles coole Gamer, die sind wahrscheinlich jetzt so cool für mich, mal, Level 3, weiß ich nicht, Talk, wir reden einfach mit den normalen Kindern, okay, ich kann hier eine Sega kaufen, vielleicht gibt es die ja günstiger, Sega Hyperdrive, guck mal mal, mhm, 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 ah ja, ich hab es drauf, Raven heißt ja, R, S, ach R, ich spiel ja mit ihm, ich hab ihn weggeschickt von seinem Ding, oh, der Arme, ich bin ein schlechter, schlechter Mensch, hier, du sollst hier bei Sega kaufen, kaufe sie, okay, ich glaub, ich geh mir schon mal eine kaufen, ich brauch gerne zwei, okay, aber ich will sie kaufen, oh, ich hab sie noch nicht erfüllt, die Mission, dann, äh, kann ich da wohl nix machen, ja, dann reden wir noch ein bisschen hier mit den netten Leuten, mit denen wir vorhin schon geredet haben, die mir so aktiv zocken, warum hast du eine Medaille, ach, du bist ein Freund, da, 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 du bist ein Freund, Level 1, ja, dann, geb ich dir ein Geschenk, hm, schau, alle mögen mich, oh, hier ist was Neues, oh, oh, hab ich da was, verdammt, ich hatte zu viel Geld für den Computer, aber ich hab ja das Illegale gemacht, ich wollte einfach zu viel, Many Subscribers hab ich nur gelesen, oh, ja, oh, ja, ich glaub, ich muss nochmal mit denen reden, damit die meine Freunde waren, auch dann, sonst sind sie noch nicht meine Freunde, dann hat das ganze Reden nichts gebracht, oh, hier, wir sind jetzt Freunde, sehr gut, wir sind auch keine Freunde, verdammt, wir können aber nochmal quatschen, wenn du magst, dann quatschen wir auch dann auch nochmal, und dann quatschen wir nochmal, und dann quatschen wir nochmal, und dann sind wir alle Freunde, sehr gut, Ryan findet Freunde, auf der Gegend kommen, ich quatsch euch dann auch einfach voll, ich komm dann an und sag, hey, ich bin da Ryan, und ich quatsch euch jetzt voll, und dann quatsch ich euch voll, so wird das funktionieren, ungefähr, wenn ich Glück hab, so, ja, the new Z-Box 360, ah, ja, das ist schlau, Markenrechte eingehalten, check, ja, ja, okay, achso, wir sind mal fertig, sind wir jetzt Freunde, ja, ja, wir sind alle Freunde, dann geh ich nach Hause, ja, der guckt so grimmig, ja, ich guck grimmig, ich bin Türsteher, Lanana, climbing. Beach of Giants. Ja, alles great! Uh! Well, All right, yes,